Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, ich bin wieder euer Avenger Und ja, wir sind bei The Walking Dead Season 2 Part 5 unterwegs diesmal Und ja, wir haben hier gestoppt bei dieser Tür, weil wir auf der Suche nach Nick sind, ja, exakt Wie schon gesagt, ich werde hier noch ein paar Runden spielen, warum das jetzt so krass leckt, weiß ich gar nicht Aber das werden wir auf jeden Fall jetzt gleich herausfinden Wir machen jetzt die Tür auf und gucken, wer sich da drin verwirkt Ist er tot? Oder hat er es geschafft? Ah, die Augen sehen normal aus Hey, Mann, hast du noch Aspirin? Du, Asshole Wie geil, eine Aspirin Er hat einen fette Kater Boy, man, what the fuck Pete ist tot Sehr gut Wir müssen gehen, okay, Carver's Gang ist aufgerollt Können Sie es machen? Ja, gut, los Ich hoffe, das sieht man nicht in der Aufnahme, es ruckelt gerade des Todes momentan Ich möchte nur sagen, danke, dass du nicht auf mich verbrechen hast Ich bin sorry über Pete Ja, danke Ich glaube, egal was ich jetzt gesagt hätte, es... Hm Look, du kannst mir sagen, ich bin nur nach ihm Nick hat meine Leben Really? Ja, irgendwie Ich bin mir über das Kind Ich bin mir über das Kind Ich bin mir über das Kind Keep an eye on ihn für mich, würde ich? Und du, Sir, du willst noch mit uns kommen? Look, ich weiß, dass wir nach einer schwersten Start Und ich kann nicht machen, dass es ein schwerer werden wird Aber wir alle wissen, dass du jetzt Ja, ich bin mit dir, Leute Und wir sind glücklich, dass du dich Nicht jeder ist Ich bin mir auch spannend Hm, hm, hm So sieht es nämlich aus Langsam beruhigt sich es ein bisschen Ich hoffe, es bleibt jetzt so Fünf Tage später Ja, sieht so aus, als wären wir angekommen Nicht? Versuchen wir mal was dringen, ey Der Fritz ja ist mollfußlich, ey Hm Ich würde mal sagen, halten wir mal Ausschau, nicht? Da war auf jeden Fall eine Brücke Also ich hätte jetzt eher gesagt, dass sie ziemlich baufällig aussieht, ne? Ich meine, guckt euch das mal an Hier ist ja alles verbogen und runtergebrochen und verrostet und Na gut, wir werden sehen Es ist glaube ich so eine Wachstation für die Brücke für irgendeinen, der passieren möchte Ich durfte auch nicht Ski fahren, meine Mama hat immer gesagt, man kann sich auch auf anderen Wegen das Genick brechen Aber Muttern hat nicht damit gerechnet, dass man sich auch beim Schlittenfahren die Knochen brechen kann Hm, hm Hm, hm Hm, hm Hm, hm Wir gehen über das Ding, okay? Wir sind da draußen, dann werden wir geholfen. Gehen über die Läcke wird zu lange dauern. Genau, aber wir haben keine Ahnung, wer da ist. Ich gehe über den Weg und sicher, dass es klar ist, bevor wir die ganze Gruppe kommen. Du denkst, dass die Gruppe eine gute Idee ist? Ich habe nie gesagt, dass es eine gute Idee ist. Aber es ist besser, als alle zu riskieren. Was ist der Plan? Clem und ich kann überraschieren, langsam und sicher, dass niemand auf uns auf der anderen Seite ist. Wir haben einen schweren Zeit, wenn du von hierher bist. Wir werden einfach zurückkehren, wenn es sehr schwer ist. Clementine sollte hier bleiben bleiben. Sie ist... Sie ist was? Sie ist nur eine kleine Frau, Luke. Sie ist eine sehr wertvolle kleine Frau. Ich meine, Herr, wenn sie ihre eigene Arme befindet, sie ist fit für eine Brücke. Ich kann das machen. Siehst du? Kein Problem. Es wird gut, okay? Wir sehen uns in zehn Minuten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich kann auch gehen. Du bleiben mit der Gruppe. Ich bin gut, Luke. Ich mag das nicht. Ja, wenn ist das letzte Mal, dass du etwas liebst, Carlos? Wenn etwas passiert ist, werde ich dich schützen. Komm her. Ich verstehe nicht, warum der Luke da so... ...überhaupt gar kein Vertrauen mehr hat. Ich könnte... Ich könnte wirklich deine Augen benutzen. Und jetzt glaube ich nicht, Nick, um seine eigenen Schuhe zu schützen. Sie sind nur noch auf der Seite, nach der Carver-Sache. Es sind fünf Tage. Warum würde Carver uns immer folgen? Was ist das wichtigste in diesem Welt? Was will jeder? Sicherheit? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das, was ein Mann, wenn ein Mann, ...hunderten Kilometer zu gehen? Familie. Es ist eine schwerer Welt, ohne Menschen, die du glaubst. Was ist das? Du kannst Frage Rebecca, okay? Ich werde nicht im Mittelfen. Wir haben alle gemacht Fehler. Wir haben alles gemacht, Dinge, die wir vergrüben. Es ist nicht mein Platz, um zu sprechen über jemanden, was erinnerst. Du kennst? Es sind wir schon im Mittelfen. Ich sag mir über das. Hm. Ah, kein Problem. Ich nehme den großen, hm? Wie wär's? Ich habe einen Hammer mit einer Spitze. Hm, 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 hm. Hm, hm. Der ist ja schon angekratzt. So schlimm ist es dann ja auch wieder nicht. Go ahead. Du hast einen guten Pull. Du hast deinen Gumphrey. Ich weiß. Ich habe das vorhin gemacht. Erinnerst du? In einem Schaden? Okay, das war eine krasse Anspielung. Und jetzt! Schönen guten Tag,tschieb. Wie wäre das? Oh. 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 That war's. Oh. 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 Ich meine, der Krabbelnde ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Okay. Ja komm jetzt, so schlimm wird das jetzt auch nicht wahr. Warum geht er jetzt auf den einzelnen los, während ich mich jetzt zweistellen muss? Alter, ne oder ist es dein Ernst, Mann? Ja, das ist schön. Das ist ja, ähm, ja. Ich kann nicht erreichen. Es ist okay. Clem, schau, aber wir werden etwas herausfinden. Nach dir! Oh, verdammt. Kniescheibe brechen. Bam, bitch. Toll, steckt denn im Kiefer fest. Verdammt. Oh. Hm. Woho. Holy God damn. Ausweichen. Jetzt lässt doch noch ein Hammer fallen. Himmel. Äh, ja. Die Entdeckung. Oh. 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 Super. Das sind ja beste Voraussetzungen gerade. Der eine hängt in der Luft und ich auch. Oh. 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 Danke, Clem. Hm, kein Problem. Wir gehen. Du sehen ihn? Ja. Just play it cool. And you do the talking. What? Why me? I don't want to get in a fight. You really think he chewed a little girl? Just don't make any sudden moves. And don't piss him off. And don't tell him anything. You know, on second thought, maybe I should do the talking. Is he with Carver? It's hard to see. I don't think so. Well, who are you? Who's asking? I'm Clementine and this is Luke. Clementine and Luke. Yeah. Huh. You don't look like assholes. Are you assholes? No offense or anything. But you know how it is out here. You run into a lot of assholes. You're the one holding a gun. Touche. You folks headed north like everyone else? Everyone else? I see at least one group a day move through here. You all look the same. It's like a great migration of the dazed and confused. Do you know Carver? Carver? Like George Washington Carver? The peanut guy? What? He's a man. I've never heard of him. But no, I want some peanut butter though. I gotta say, you two look like shit. If you need food, I've got some canned stuff in that station back there. Well, that's awful nice of you. What's the catch? No catch. I've got plenty. Well, all right then. Thank you. Hey, no problem. Nice running into friendly faces out here. Like I said, I've got food and supplies back in the station. And if you want... What the fuck, man? What the hell is he doing? No, 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 no. He's with us. Nick! No! Put it down! Stop! Oh, no! Oh, no! That shot rang out for miles. We gotta get off this bridge. Let's go. Ach, scheiße. Der ist wie der Ben im Teil 1. Echt jetzt mal. Einer der Inwohner das Beste will, aber doch scheiße baut. Oh, was he? I'm telling you, man. He drew first. Well, that's not what it looked like to me. Everybody calm down. What did you see, Clem? Was that guy gonna shoot? Fuck you, Luke. You've been on my case the whole week. And why do you think that is, Nick? He wasn't gonna do anything. I know what I saw. Either way, you could have hit one of us. Yeah, but I didn't. Look, I know Pete was close to you, Nick, but you can't... Don't fucking talk about him. You think he was with Carver? I don't know. I... No, I don't think so. He fell over. He fell off the damn bridge? We have to keep moving. I can't. I need a minute. Fine. Luke, can I talk to you alone? He's very hard with Nick. Also, I mean, good. He shot, yes. Hey, Clem. You got anything to eat? Beck's dying here. Alvin, I told you I'm fine. Sorry, I'm out. Wish we still had those juice boxes. Yeah, me too. That man said he had food in the station. Mind checking it out? Maybe we could spend the night here. A little small for us though. Sure. Thanks, Clem. Thanks a lot for backing me up there. I'm sure they're talking about me right now. Luke, he's becoming a danger to the group. Who was that guy? I swear. It looked like he was holding you guys up. I figured he was with Carver. He could have been anybody. Right, we don't know. How do we know he wasn't with Carver anyway? If Alvin is in front of me, he takes that shot. What a fucking mess. Maybe I am losing it. I don't know anymore. God, I'm hungry. What time is it anyway? Damn. Damn. What's wrong? I left my watch back at the cabin. It was Pete's. He gave it to me. That's all I had left for him. You know what? I've never talked to him. That's what you do. Yeah, that's what you do. But you do. But you don't have to sleep at all. But you don't have to sleep at all. But you don't have to sleep at all. I have to know how much it's worth. Oh, now I'm going to go first without looking at all. Of course, that's very, very much. So, I would say we'll look a little bit at all. The man said that he had a lot of food. There must be something left. It's dead. I guess he slept here. Da oben liegt ein Messer. Das nehmen wir direkt mal mit, hätte ich gesagt. It feels pretty good. Oh yeah. And looks like pretty nice. So, I have to do something else. I want to read something with him. Why can't I have nothing to read with him? Man, not that we had a bed. Look at this dump. Guess he did have food. Man, fuck Nick. Nick's lost a lot of his people, that's for sure. But that doesn't give him any excuse to start shooting up strangers. Give him a break. His uncle just died. Yeah, true enough. I don't know what I'd do if I lost Beck. I'm just saying. I mean, you ever know anyone who'd do a thing like that? Actually, yeah. What happened? A woman in our group. Her dad died and then she just shot this other woman. Damn. What'd you do? We left her behind. Damn. That's funny. She looks just like you. Hey, Clem. There's not a lot of food here. And Rebecca, well, she's eating for two. You think we can keep this just between us? I hate to even say it, you know, but... And I never go against the group. But I've got to put Beck and the baby first. Rebecca can have it. I won't say anything. Thanks, Clementine. It's a shame. Nick was a good guy. It's still a good guy. But it's just wasn't. God knows, man is perfect. Hell, I'm glad you're with us, Clementine. What the hell is that? The Luke is the leader in the group. Meines is ja nicht zu übersehnlich. Also, der hat hier definitiv das Sagen. Well, what are we waiting for? We have to be careful. Careful? We've been on the road for five days. My back is done being careful. Doesn't look like anybody's home. Can I mir vorstellen? Damn. Mail down tight. Hmm. I'll check around front. I'll go with you. Well, it'd be good to know if anybody's actually back there. You could probably get a better view from up top. You might have an easier time getting up there. You feel like taking a look? It'd be just like climbing a treehouse. Yeah, just a really tall treehouse. I had a treehouse once. Well, there you go. I hated it. Oh. Oh man, das ist echt der Klassiker. Wundertzendig. Just take it slow. And I'll catch you if you fall. Probably. You got a good grip? Yeah. When I was a kid, I used to jump rooftops downtown. Now that was fun. That sounds stupid. Yeah. Yeah, it was. The trick was not to look down, though. Whoa, whoa, whoa. You're fine. You're fine. Just look at me, okay? You're fine. All right, just slow down for a second, okay? You got your grip? I know I'm fine. Just trying to help. Oh my God. Oh man. Das ist hoch. Da unten sind Lichter. Oh fuck. Oh fuck. Das war's für heute. Oh, bitte, mach nur was er sagt. Und wie schon gesagt, mit dem Greenscreen und so, das wird alles besser. Es kommen auch bestimmt wieder ein paar Avenger Talk Videos. Ich werde es euch versprechen. Ein paar Livestreams kommen auch demnächst. Wenn ich mal wieder Wochenende frei habe, machen wir auf jeden Fall wieder so ein Dead by Daylight Stream. Oder ich streame mal irgendein anderes Random Game. Irgendein Klassiker oder so. Mal schauen. Vielleicht kann ich mit einem Emulator so einem uralten Spiel irgendwas starten. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr denn eigentlich so sehen möchtet. Und, ja, dann schauen wir einfach mal, was sich machen lässt. Vielleicht spielen wir mal wieder Overwatch mit Ich mag Milch und der Tauli ist bestimmt auch mal wieder am Start. Also, es kommt jede Menge auf euch zu. Ich denke mal, ich habe jetzt die größten Probleme auf meinem PC endlich lösen können. Denke ich mal. Und, ja, wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Wie schon gesagt, ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Und, ja, baut keinen Scheiß, bleibt anständig. Passt auf eure Mitmenschen auf, macht sich gut, macht es besser und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, euer Avenger. Bis dann.